Es kommt Frankreich. Vive la France. Da geht es um dieses Mädchen, das uns Feuertanz. Ich meine, ich weiß nicht, ob das Französisch ist oder nicht. Bretonisch. Da ist die Tänzerin. Ich finde, das ist so hektisch geschnitten. Also so viele wechselnde Kameraeinstellungen, das macht mich irgendwie ein bisschen kirre. Aber die singen gut. Interessant finde ich die so. Auf jeden Fall ist es ungewöhnlich. Ja. Aber ich kann jetzt auch Werbe mit anfangen als beim ersten Mal. Das ist auch ein bisschen anders, ne? Er hatte doch so was ganzer Weile gemacht. Das fand ich damals schon komisch. Ich bin schwindelig. Die Geschnitte. Man kann gar nicht warm werden. Die Tänzerin braucht gerne zum Tanzen, weil die sehen die gar nicht. Ganz ein bisschen. Und die hat so schön getanzt. So schön. Sollkommen hektisch geschnitten. Du hast da vier schöne Frauen auf der Bühne und keine kannst du erkennen. Was soll das? Da fragt sich der Betrachter, was soll das? 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 Was soll das?